Einen schönen Tag wünsche ich euch allen. Ja, Christine Stark muss sich immer wieder rechtfertigen und jetzt muss sie es einfach allen sagen. Nachdem die Kritik kam von einigen aus der Musikbranche, dass sie ihre Tränen nur schauspielen würde, hat Christine Stark jetzt dementiert und sagt, nein, meine Tränen sind echt. Wenn mich etwas emotional berührt, wie eine Trennung oder ein Lied mich so sehr bewegt, dann weine ich einfach, sagt Christine. Und dann ist es aber auch zu 100% echt, sagt die Sängerin. Sie sagt, wir in Deutschland haben immer das Problem, dass alle gleich glauben, es ist geschauspielert, aber das stimmt nicht. Sie meint, wenn ich Emotionen habe, dann sind diese immer zu 100% echt.